Jetzt sitzt Luca am Boden und malt mit Buntstiften auf ein großes weißes Papier. Sein Vater spricht ihn auf Deutsch an und fragt, welches ist der rote Stift? Luca schaut, denkt nach, nimmt den roten und sagt rot. Und wieder fragt Sascha, und wo ist der grüne? Manchmal irrt sich Luca, dann folgt ein zweiter Versuch. Jetzt stimmt es wieder. Und so geht es weiter. Hast du auch einen blauen? Luca hält den blauen Buntstift hoch, blau, und sieht mich an und sagt abschließend, Deutsch. Als ich mich einmal von seinen Eltern für längere Zeit verabschiede, meine Schwiegertochter umarme und sage, Gott bless you, hat Luca etwas gelernt und sagt zum Abschied nur mehr, bless you, bless you. Nun ist auch Elisabeth schon lange Großmutter. Ihr Enkel heißt Attila und Marese ist in jeglicher Hinsicht die jüngste Großmutter von uns drei Schwestern mit einem kleinen Sammy. Dass eine Mutter sich freut, wenn ihr Kind Vater oder Mutter wird und alle gesund sind, ist ja selbstverständlich. Ich freue mich aber über Luca auch, weil er der Enkel von Rolf ist, Saschas vor 30 Jahren verstorbener Vater. Lukas Hände erinnern mich manchmal an Rolf. Einen Vergleich mit Sascha ziehe ich nicht. Ich empfinde Sascha ebenso wie seinen Sohn Luca als komplett eigenständige Wesen, die solche Vergleiche nicht notwendig haben, deren Würde diese Vergleiche nicht zulässt. Eine Woche vor dem Heiligen Abend ist Luca zur Welt gekommen, zur kalifornischen Welt in Los Angeles. Also waren auch wir sehr schnell in der kalifornischen Welt und wir sind über Weihnachten geblieben. Zudem hatte Saschas Schwiegervater einen runden Geburtstag zu feiern. Wir haben mitgefeiert, aber der Mittelpunkt des allgemeinen Interesses war natürlich der gerade geborene Luca.